Der regierende Bürgermeister der Bundeshauptstadt Berlin und der stellvertretende Bundesvorsitzende der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands, SPD, Klaus Wovereit und der französisch-deutsche Journalist, Rundfunkjournalist und Gründer des alternativen Medien-, Radio- und Fernsehprojektes Radio TV IBS Liberty sind im Rahmen einer Kurzvisite zu einem Kurzgespräch zusammengetroffen. Die Atmosphäre der Begegnung war heiter und offen. Über den genauen Inhalt der Gespräche zwischen dem regierenden Bürgermeister von Berlin und dem französisch-deutschen Journalisten und Mediengründer liegen der Redaktion derzeit noch keine näheren Einzelheiten vor. Untertitelung des ZDF für funk, 2017